So, dann schauen wir uns mal weiter hier auf den Markt um. Also, wir haben mit dem Stoffhändler gesprochen, mit der Frau und mit dem Waffenhändler. Korn aus Biontia. Sprechen wir mal mit ihm. Dieser ältere Händler sieht weltgewandt aus. Seine tiefe Stimme ist sanft, aber sicher. Ach, hallo. Seid ihr bereit, einige der besten Leckerbissen zu probieren, die die Ebenen zu bieten haben, guter Mann? Leckerbissen. Ja, jetzt, wo er es sagt, wir haben, seitdem wir aufgewacht sind und nichts gegessen. Und es ist schön, mal ein paar positive Erfahrungen zu machen. Was hast du denn so anzubieten? Eine große Auswahl an Gaumenfreuden, guter Mann. Momentan habe ich arboreanische Feuersamen, Gabawurzeln, elysische Birnen, rote Lotusblüten, Pythopianisches Hirtenbrot, Wechselgewürz aus dem Chaos des Limbus und mehr Pflaumen da. Für nur fünf Kupfermünzen könnt ihr alles durchprobieren. Fünf Kupfermünzen ist echt nicht viel. Dann fragen wir mal, wie was schmeckt. Wie schmecken denn die Feuersamen? Das klingt scharf. Probiert am besten selber, ob es euch schmeckt, guter Mann. Na gut, fünf Münzen. Kaufen wir mal die Feuersamen. Nicht runterschlucken, sondern einfach ausspucken, wenn das Kribbeln nachlässt. Lächelnd reichte dir die Handvoll kleiner roter Samen. Stecken wir sie uns mal in den Mund. Die süßen, leicht nach Zimt schmeckenden Samen werden ganz warm und kribbelig im Mund. Du merkst erst nach einem Augenblick später, dass sie in Flammen aufgegangen sind. Doch das Gefühl lässt schon bald nach und du spuckst die Samen in den Rindstein. Die sind in Flammen aufgegangen im Mund und wir haben sie einfach drin behalten. Na gut, da drin ist es wahrscheinlich schon genauso vernarbt, wie wir außen auch vernarbt sind. Trotzdem ein wenig komisch. Probieren wir mal was anderes. Ich werde die Gaberwurzeln probieren. Erreicht dir einen kleinen braunen Würfel, der wie ein gummiartiges Gemüse aussieht. Sehr angenehm zum Kauen, aber nicht runterschlucken, sondern einfach ausspucken, wenn der Geschmack nachlässt. Irgendwie müssen wir alles immer wieder ausspucken, ha? Er ist wohl so eine Art Kauholzhändler? Hm, na gut, stecken wir es einfach mal in den Mund. Die süße, nach Sirup schmeckende Wurzel ist am Anfang so hart, dass du sie kaum kauen kannst. Mit der Zeit wird sie weich und gummiartig und du schmatzt fröhlich vor dir hin. Doch mit der Zeit lässt der Geschmack nach und du schmuckst die klebrige, braune Masse in den Rindstein. Hm, na gut, das soll erstmal reichen. Das ist erstmal alles. Ich habe da aber noch ein paar Fragen. Er schüttelt den Kopf. Dann sucht eure Antworten besser woanders, mein Herr. Ich handle nur mit exotischen Lebensmitteln, Gewürzen und Kräutern. Alles andere ist mir einerlei. Na gut, dann lebt wohl. Wir können ja später noch ein bisschen was probieren, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Weil eigentlich sollten wir jetzt dazu werden, dem Sender zurückgehen und ihm sagen, dass wir die Nachricht überbracht haben. Und diesen Würfel sollten wir rüberbringen, obwohl das nicht ganz so eilig zu sein scheint. So, du hast die Schüsseln verkauft und so weiter. Was ist mit dir? Dieser schmierig aussehende Typ merkt sofort, dass du ihn anschaust. Hey, Knochenbrecher. Komm her und schau, was ich für euch habe. Er zwinkert und winkt dich zu sich. Oh, hier können wir so Bronzeringe verkaufen. Das ist schon mal gut. Die Bandagen wollen wir halten. Und sonst haben wir zum Verkaufen erstmal nichts mehr. Oh, jetzt Zaubersprüche im Angebot. Aber wir können noch nicht zaubern. Jedenfalls nicht wirklich aktiv. Also wir kennen zwar schon die Zauberrunen, deswegen konnten wir ja auch die Skelette demontieren in der Leichenhalle. Aber wirklich aktiv zaubern können wir noch nicht. Und die Heilungstadismana. Eigentlich haben wir erstmal genug Heilmittel. Aber für später ist es gut zu wissen, dass er die hat. So, hier laufen diese komischen Viecher rum, die bei dem anderen Tod auf dem Boden lagen. Erda wird die wohl verkaufen. Sprechen wir ihm mal an, was das für Dinger sind. Spring, Limlim, spring. Der Händler scheint dich plötzlich zu bemerken. Oh, sei gegrüßt. Wie wäre es mit einem dieser putzmunteren, verspielten Limlims, mein Herr? Ähm, im Moment nicht. Was sind das eigentlich für Dinger? Sie kommen aus den Außenländern, mein Herr. Und sind weder ganz wie Insekten, noch wie andere Tiere. Sie sind lieb, verspielt und recht treu. Er schaut die Limlims von der Seite an. Dann rückt er näher heran und flüstert. Und wenn es sein muss, schmecken sie auch ganz gut. Äh, okay. Okay, interessant, ich hätte da ein paar Fragen. Tut mir leid, aber ich beantworte nur Fragen, die sich auf die Limlims beziehen, mein Herr. Also an Informationen kommen wir hier auf dem Marktplatz nicht wirklich ran. Aber wie teuer ist denn so ein Ding? Die Limlims brauchen nicht gewüttert zu werden. Sie ernähren sich von Insekten, winzigen Nagetieren und dergleichen. Sie folgen einem überall hin, machen wenig Dreck und Lärm, halten sich durch ihre ständige Hüpferei in Form und, was das Beste daran ist, sie springen bis zu 5 Meter weit. Wenn man ihnen eine heiße Kohle unter den Hintern hält, das wollten wir nicht tun. Ein Exemplar gibt's schon für 40 Kupfermünzen, mein Herr. Ein lächerlicher Preis für ein so unterhaltsames Haustier und einen treuen Freund. Ha, also übrig hätten wir es allemal. Was sagt denn Morte dazu? Warum nicht, Meister? Man kann sich an den bestimmt prima abreagieren, oder? Naja, du müsstest für mich das Treten und Werfen übernehmen. Außerdem würde ich gerne den 5 Meter Sprung mit den heißen Kohlen sehen. Na gut, Morte scheint zu gefallen, dann nehmen wir doch mal einen. Sehr wohl, mein Herr. Bitteschön. Oh, unser eigenes Limlim. Da ist es. Haustier Limlim. Dies ist ein Haustier Limlim. Wir können mit ihm sprechen. Dies ist dein Haustier, ein Limlim. Als es merkt, dass es deine Aufmerksamkeit hat, zippt es dich liebevoll an. Piu. Ha. Du kannst streicheln, treten, frei rumlaufen lassen und untersuchen. Mal erst mal angucken. Dein Limlim scheint eine Kreuzung aus einem Insekt und einem anderen Tier zu sein. Seine Beine sind überdimensional groß und seine Arme klein, fast rudimentär. Ein leuchtend gesprengelter Halbpanzer bedeckt seinen Rücken. Es besitzt zwei Paar insektenartige Flügel und winzige schwarze Augen. Sein Mund scheint die ganze Zeit vergnügt zu grinsen. Na gut, streicheln wir das mal. Piu Piu. Das Limlim zappelt fröhlich herum. Seine Flügel schwirren. Es scheint die Zuwendung ganz besonders zu genießen. Na gut, stecken wir das mal wieder weg. Hier ein bisschen Mord hat auch was zum Spielen. Was gibt's? So, was ist mit dir da? Du hattest so komisch gesprochen. Diese grimmig fickende Frau wirft dir einen kurzen Blick zu, bevor sie in Redeschwale auf dem Podest fortsetzt. Ihre kräftige Stimme ist auf dem ganzen Marktplatz hörbar und übertönt sogar den Lärm der Händler und den der übrigen Menschenmenge. Entsprechend direkt will sie nicht. Außer mit dem ganzen Marktplatz. Eine tiefe Finsternis wird sich über diese Stadt legen. Die Bünde werden aufgestoßen werden in fünf Jahren. Verdammnis. Wohin der Schatten der Dame fällt, dort sollen Männer fallen. In die Irrgärten sollen sie gehen. Wehe denen, die nicht hören und doch nicht handeln. Hm, na gut. Also sie scheint irgend so eine Prophetin zu sein, die vom Ende spricht. Die gibt's ja irgendwie überall. Gradok war der, den wir die Nachricht überbracht haben. Und der Rest scheint einfach nur... Schau keinem in die Augen. Hier schlitzen sie dich auf oder pellen dir die Haut vom Leib. Ach, so schlimm ist das hier nicht, Morte. Na gut, dann gehen wir mal wieder zu Ben zurück. Oh. Und was war mit dir? Der hat gerade irgendwas gesagt gehabt. Dieser Mann sieht dich mit seltsamen, insektenähnlichen Augen an. Sie sind riesig und sehen aus, als würden sie jeden Moment herausspringen und über das Pflaster rollen. Als du näher kommst, nickt er eifrig und bewegt er bei dem Kopf wie ein Vogel auf und ab. Auf einmal bemerkst du den Urin und Fäkalien, der ihn umgibt. Äh, seid gegrüßt? Der Mann schnieft und wischt die Nase am Ärmel ab. Als er den Mund zum Sprechen öffnet, siehst du seine schwarze, verfaultes Zahnfleisch. Geschichten gegen Bares, Sir? Sein Atem riecht, als hätte er ein Stück vergammeltes Fleisch im Mund stecken. Geschichten gegen Bares? Wer bist du? Der Mann schnaubt. Ihm tritt der Schaum vor den Mund. Namen, Namen, wer bist du, wer bist du? Sein Kopf zuckt leicht bei jeder Wiederholung. Namen, gefährlich, gefährlich. Er starrt auf den Boden und scharrt mit seinem Fuß im Dreck. Wieso gefährlich? Ein Name, den man kennt oder der einem anhaftet, ist immer gefährlich. Er schaut wieder zu dir auf. Mein Name wurde mir gegeben, ohne dass ich darum gebeten habe. Übelwind. Das mag daran liegen, dass du ein wenig riechst. Wieder schlägt er seinen übel riechenden Atem und der Geruch von Urin und Vikalien ins Gesicht. Namen, Namen. Ein passender Name? Nein, so direkt sollten wir ihn nicht beleidigen. Ist das dein richtiger Name? Nicht mein wahrer Name, wahrer Name, murmelte Übelwind. Wobei sein Kopf jedes Mal zuckt, wenn er das Wort Name ausspricht. Ein wahrer Name ist gefährlich. Er verleiht anderen Macht. Er starrt dich mit weit aufgerissenen Augen an und erhebt seinen Finger. Halte deinen wahren Namen geheim. Verrate ihn niemals. Es ist nicht schwer, denn wir kennen unseren Namen nicht. Was meinst du? Ein Name ist wie ein Geruch. Damit kann man dich ausfindig machen. Übelwind hustet. Dabei springen seine Augen fast aus den Augenhöhlen. Sein Husten scheint seine Gedärme in Aufruhr zu bringen, denn er lässt ordentlich einfahren. Als wolle er seinen Worten dadurch unterstreichen. Einen wahren Namen zu kennen verleiht Macht. Er leckt sich die Lippen. Die Macht, andere zu verletzen. Ja, wir kennen unseren richtigen Namen nicht. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Übelwind reißt seine Augen auf. Die Größe seiner Augenöpfel bereitet dir Unbehagen. Dann hast du Glück. Glück. Bleib namenlos und du wirst sein wie ein Geist auf den Ebenen. Unauffindbar, unaufspürbar, ungesehen, unentdeckt. Er macht ein schmatzendes Geräusch. Ein gewählter oder gegebener Name erlaubt anderen dich zu finden und zu verletzen. Bist du denn verletzt? Übelwind nickt mit dem Kopf und kratzt sich dann. Mein Name ist mir einmal rausgerutscht. Nur ein einziges Mal. Nur ein einziges Mal. Seine Augen werden feucht, als ob ihn die Erinnerung daran Schmerzen bereitet. Er schaut dich unbehaglich an. Ich erzähl dir die Geschichte, aber nur gegen drei Kupfermünzen. Er grinst, als er das Wort Kupfermünzen ausspricht. Sein Mundgeruch haut dich fast um. Na gut, drei Kupfermünzen ist echt, äh, nichts, wie du meinst. Hier sind drei Kupfermünzen. Übelwind geht in Stellung. Schaut zuerst nach links, dann nach rechts und schließt sich dir in die Augen. Er verzerrt sein Gesicht zu einer Grimasse und lässt erneut einen Farben. Der Gestank haut dich fast aus den Socken, doch ihn scheint das nicht zu stören. Ich bin verdammt. Ich bin in meiner ganzen Pracht durch die Bezirkel stolziert. Er steht auf, streckt seine Nase in die Luft, geht auf und ab und nickt unsichtbaren Passanten zu. Es hört sich irgendwie so an, als wenn er nicht immer so gewesen wäre. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Übelwind erstarrt, die Arme in die Seiten gestemmt. Bin einem Verrückten über den Weg gelaufen. Er sah aus wie ein Kürbis. Seine Samen Flüche. Übelwind drückt seinen Bauch heraus, um dick auszusehen. Streicht sich das Haar mit seinen schmutzigen Handflächen so zurück, dass er fast kahl wirkt und fängt dann an, mit den Fingern aus seinem dicken Bauch herumzudrommeln. Dann tanzte er um die Stelle herum, an der er sich in seiner Rolle als spießiger Snob befunden hatte. Ein mit Flüchen beladener Wahnsinniger. Mit einem hämischen Grinsen und einer abfälligen Geste schleudert Übelwind dem spießigen Snob einen unsichtbaren Fluch entgegen. Er kannte meinen Namen. Er war mir herausgerutscht, rausgerutscht. Er hat alles genommen, alles genommen. Er erstarrt wieder, holt tief Luft und schlüpft in die Rolle des spießigen Snobbs, der jedoch plötzlich zusammenbricht. Übelwind lässt ordentlich einen fahren und verpestet beim Ausatmen die ganze Luft. Gut, gestraft bin ich mit Gestank, mit Exkrementen. Ich kam hierher, um Geschichten zu erzählen, zu erzählen. Und jetzt werde ich Übelwind genannt, genannt. Okay, also scheint an der Sache mit den wahren Namen doch wirklich was dran zu sein. Und eigentlich hat er es denn ja auch verdient, was ihm widerfahren ist. Wenn er wirklich früher so ein arroganter Fazke war, der jeden beleidigt hat, dann ist das eine gerechte Strafe. Ich verstehe. Ich hätte da noch ein paar andere Fragen. Fragen, Fragen. Übelwind sieht seine Schultern hoch und sieht dich mit seinen riesigen Augen misstrauisch an. Antworten, Antworten? Wir können fragen, wer er ist, was mit ihm geschehen ist und eine Geschichte hören. Hm, Geschichten können wir uns später einmal anhören. Was kannst du mir über diese Gegend sagen? Der Stock, der Stock. Ich kann dir was erzählen, aber dafür will ich drei Kupfermünzen sehen. Er gibt ein schmatzendes Geräusch von sich und grunzt wie ein Schwein. Na gut, hier sind drei Münzen. Richtung Mittelpunkt des Rings, er zeigt nach links auf die ausgebrannte Gasse in der Ferne, eine Gasse der gefährlichen Ecken. Er verbiegt seine Gelenke, um eines der skelettartigen Gebäude darzustellen. War nicht immer so verwinkelt und verbrannt. War früher mal voller Leben. Flammen, Feuer. Er reißt seine Hände in die Höhe und gestikuliert wild damit herum, um Flammen darzustellen. Die Gasse brannte, viel Rauch, überall Asche und dann nur noch Skelette von Gebäuden übrig. Die Knochen der toten Häuser und überall Ecken, Winkel. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Er beugt sich nach vorn und spricht mit flüsternder Stimme. Erneut wird hier sein übler Körpergeruch ins Gesicht. Gefährlich. Jetzt haben böse Männer dort ihre Absteige. Er neigt sich vor und lässt einen fahren. Es hört sich an, als würde jemand ins Horn stoßen. Das ist die Geschichte von der Straße, die zur Gasse der gefährlichen Ecken wurde. Das ist die Geschichte von der Straße, die zur Gasse der Gasse der Gasse der Gasse der Gasse der Gasse.